Wieso kannst du es nicht probieren? Ciao! Ja, ich habe mir einen neuen Tag erstellt, da Robert angefangen hat. Er hatte zwar noch mal damals einen Account, aber seiner wurde schwer, warum auch immer. Oh Gott! Robert, wo bist denn du? Einfach durchdrücken, oder? Nein, du hast Physik, du kannst dich heilen. Ja. Ja, Piepmatz, scheiße! Findest du wieder zurück? Ja, vielleicht. Aber ich wollte Heiler spielen. Ich will eigentlich... Ah, 30! Danke! Das war eben so unsere Frage. So, fangen wir noch mal an der Joblevel? Ja, aber ich wollte halt jetzt nicht, dass wir in unterschiedlichen Gebieten anfangen, da habe ich mich gefragt, wo er anfangen will. Ja, dann mache ich gleich die Heiler-Challenge. Ja, aber ich denke, der hier wird dann eher als Main der Heiler. Na, da war ich hauptklasse BD. Ich habe zwar auch den Heiler genommen, aber da sind halt dann die Steps nicht. Ist ganz gut, weil ja BD und Heiler sich die Steps teilen. Nicht mehr? Verdammt! Nee, warte. Ja, ich kann schon springen. Ich habe dann aber keine AP mehr. Toll! Achso, das ist automatisch gemacht. Na dann. Ähm, hm? Ähm, hm? Ähm, hm? Oh Gott, wer schreibt denn da zum Fick? Achso, das ist ja gar nicht hier. Hä? Was ist dann? Okay. Ja, du bist ja auch so eine verrückte, äh, und hast alle Klassen auf Max-Stufe. Ich werde mich ein bisschen nicht mehr ausgerust heils. Ja, du bist ja gar nicht. Ich bitte einfach! Wenn du es schon wieder,